Aaaaaaah Okay Nicht? Da wird doch bestimmt gleich grün, oder? Ah, ja gut, ich hätte es leicht Sooo, Infos Wollen wir einfach mal den Lugnack Nein So endet deine Herrschaft Juhu Ein neuer Fähigkeitspunkt So, und ich gehe jetzt weiter zu diesen 150 Fuß 250, ja Oh, ich habe wieder Macht dazu bekommen Ja Aber es reicht doch nicht für diese nächste Freischaltung Da oben ist was Ja, komm Wo wir gerade hier sind Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Warte mal, das ist ein Auftrag, ne Halt endlich die Klappe Den Spaß gönne ich dir nicht Wenn du ihn getötet hast Wie hat er dann erst gestern einen Haufen Uruchs getötet? Weil er ein Geist ist Du tötest ihn und er kommt zurück Das wirst du schon nach sehen Schau Halt 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 Bitt Halt 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 Das ist Weißt Hoe Rauch und Asche und feurige Felsen werden hoch in die Luft geschleudert, bevor sie mit tödlicher Wucht auf dem Boden landen. Diese Steine aus schwarzer Glaslava gehören zu diesem Vulkangestein und datieren zurück ins Zweite Zeitalter. Vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, als der dunkle Harscher seine erste Verbindung zum Vulkan knüpfte. Diese Rückstände vom Zorn des Orotruhen werden aufgrund ihrer Härte geschätzt und werden oft zu Waff verarbeitet. Wo bist du gewesen, Kind? Ich hab was gefunden, Vater. Das ist ein sehr seltener Stein. Er stammt aus dem Vulkan. Dort. Der Schicksalsberg ist ein ganz schlechter Ort. Er bricht aus, wann immer Sauron seine Ränke schmiedet und speit allerhand Übles in die Luft. Rauch, Staub und Steine, die den Boden verbrennen. Es ist als Warnung zu verstehen. Lange werde ich nicht schweigen. Ein wenig so wie deine Mutter. Nur sag das deiner Mutter bitte nicht. Also ist dieser Stein... Es ist ein Stein. Sonst nichts. Einen Stein musst du nicht fürchten. Noch den Schicksalsberg, der bis zu diesem Tag rupt. Wenn du von all dem etwas lernen möchtest, dann nimm dir das zu Herzen. Selbst solch ein übler Ort wie dieser Vulkan vermag etwas Schönes hervorzubringen. Sehr schön. Und wieder ein paar von diesen Gimpschen. Seit Generationen gibt es kein Anzeichen von Feuer auf dem Schicksalsberg. Ich sah, wie Gil-Galat auf den Hängen des Urodruin starb. Das Feuer Saurons verbrannte ihn. Dort wird sich der Sturm formieren, der die Welt der Menschen überkommen wird. Ach, weiß ich was. Wo ich gerade hier bin. Ach, weiß ich das jetzt einfach. Ich würde es viel lieber zu dem gelben Hauptauftrag laufen, aber... ...den Geschöpfe in den Büschen ablegen und lösen sollen. Diese Sklaven werden dafür bestraft, dass sie vor Erschöpfung zusammengebrochen sind. Rette sie vor ihren Peinigern. Annehmen. Ähm... Schleichttötungen, ja. So, jetzt verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Okay, das sind also die Uruks. Wo bist du vorhin hingelaufen? Bin einem dieser geflohenen Menschen hinterhergejagt. Schle und Gnade! Du bist nicht besser, Alter! Fällt es dir immer noch schwer, auf den Beinen zu bleiben, Sklave? Du bist doch happy! War hier nicht gerade noch... ...fetter... ...Pok? Na komm, der... ...Nein! Ähm, ja, kann ich nicht einfach abhauen und später wiederkommen? Tschüss. Nein, 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 von da... ...da will ich eigentlich nicht hin. Hier lauf ich mal drum herum. So, klar. So. Haben sie sich aber jetzt echt leicht... ...verarschen lassen. Äh, scheiß. Merk da raus... Spinnen? Wo hab ich noch Spinnen ge... ...dododod gerade. Ah, so schön. So, hab ich gar nicht... ...am Anfang gar nicht gesehen... ...dass es ja nur fünf sein sollen... ...die durch Schleichstötungen... ...der letzte Kampf am Fahne... ...kann ich dich hier töten? ...eine große Schweinerei... ...eine schöne, blutige Schweinerei mit Verstreuen... ...warte, ich rieche etwas. Schnauze. Ey, ich hab doch da so eine Spinne getötet. Wie hab ich das gemacht? Muss ich drauf treten, oder was? Wie ist das zustande gekommen? Versteh ich nicht. All das Gerede, dass unser Lager mit Null zusammengelegt werden soll... ...es kann unmöglich genug Kraft für alle Daten... Hilfe uns, bitte! Wo ist der denn jetzt hin? Noch so viele Schlachten. Ich hab von einigen blutigen Plänen gehört. Hey, hier rüber! Danke, Waldläufer! So, mal gucken, vielleicht, äh... ...mach ich die rechtlichen jetzt einfach... ...wobei, die... ...hoxen schon ganz schön aufmerksam. In Nurnen soll es drunter und drüber gehen. Ich wette, die Sklaven laufen wie der Amok. Und wir werden losgeschickt, um zu helfen. Ich gehe hier nicht weg. Ich hab Besseres zu tun, als dorthin zu marschieren... ...und diesen Maden zu helfen. Wenn du deine Beine nicht benutzt, sollte ich sie dir wohl brechen! Denen kann ich so drücken... ...und den anderen gleich... ...innerher. So, ich will nur, dass es vorbei ist. Hilf mir! Danke! Ich kann mir nicht am Leben tot in der Nähe... ...sorgen machen! Schleicht da jemand umher? Ja, da schleicht jemand umher. Und er steht hinter dir. Ach, das ist eine Verschwendung meines Talents! Ich habe es satz, es ist... ...machen wir es lieber so. Warte mal. Ich habe mir doch da... ...ääh... Verbesserung war das, ne? Ich habe mir doch da das... ...Angriff von oben. L-Shift. Ah, unachtsame Ziele müssen es sein. Äh, was habe ich denn hier schon wieder? Neues für das Schwert? Ah, cool. Was ist das? Wilder Anstamm, Stärke durch Mut. Ah, gut. Ich habe jetzt eh gerade nichts weiter... ...hier mal kurz Neilunse. Überlieferung. Ah, wegen diesem... ...Sternenmond. Ja, die muss ich erst mal alle finden, dann ist das Ding hier wohl... ...komplett. Ha! So wollte es haben. Sehr schön, dann muss ich es nur noch denen machen. Und da war das doch ne... ...ne schicke kleine Mission für zwischendurch. Ja, guck mal her. Kommst du mal gucken? Ja, da muss noch einer sein. Ein Mörder ist unterwegs. Hm. Kommt der raus? Na, Tatsache. So, dann. Hier rüber. Hilf mir. Hi. Na? Errungenschaft, da ist freier Volk. Auftrag abgeschlossen. Und da haben wir wieder auch ordentlich... Ich kann meine Füße kaum noch spüren. Doch ich finde schon die Kraft zu fliehen. Ausgestoßener Rettungsaufträgen. Durch das Abschließen von ausgestoßenen Rettungsaufträgen... ...ist es eher wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen... ...indem sie dir auf Information überhaupt männer bringen... ...oder sich gegen ihre Peiniger wenden. Danke, Weitläufer. Ja, ja, bitteschön. Kein Ding. So, dumm, dumm, dumm. Ja, gut, da jetzt hier nichts dazwischen ist... ...ja, hier diese Türme freischalten, naja. Ich gehe jetzt erst mal hier hin. Und? Warte mal. Ach, schon wieder neue Dinge. Was haben wir denn? Sklaven? Verbesserungen. Ja. Also hier, Gesundheit... ...370. Ja. Ach, der Dolch ist ein abgebrochenes Schwert. Okay. Ich schätze mal, der Dolch ist das... ...benütze ich beim Nahkampf. Beim Schleichen. Ja, der ist das Feinkampf und das da ist hier der... ...ähm, ja. Äh, ja, Nahkampf, ja. Schleichenkampf und, äh, Nahkampf. Nehme ich immer so an, ja. Vielleicht irre ich mich auch. Bodenrugenplatz... ...er, Ruhendenplatz... ...er, Rugen... Ich weiß nicht. Ich hol mir jetzt erst mal noch einen Bodenrugen... ...Ruhendenplatz. Oh, das kalte Licht. Das heißt jetzt, ich hab mir... ...drei Ruhendenplätze freigeschaltet. Gut. Ähm. Ach, Fähigkeiten. Richtig, ich hab ja... ...noch einen Punkt übrig, ne? Hab ich ja schon. Äh. Schieße auf Feuersteine oder Fetze, um sie explodieren zu lassen. Du bist im Mund gegen Schaden durch Feuer und Explosionen. Und das hier? Schau mal das. Wild durch Bielen, der... ...ah, wird durch... Ach so, ja. Ich dachte mir eben, das... Hä, was ist das? ...karte auf Zeit gestaltet, da wird mir sowas angezeigt. Waffe, na drinnen. Ach so, ja. Muss ich mir jetzt erst mal angucken. Die nächste Rune. Für das Schwert, jetzt ist deine Mitte. Was hauen wir dann drauf? Wir haben... ...wilder Amtsturm erhöht den Nahkampfschaden... ...bei mittleren Treffer... ...serienwerten. Stört bei einer Klingelnagerdötung... ...13% Gesundheit wieder her. Orkische Kampftodestöße fügen Hauptmannen... ...Bonuss... ...Schaden zu. Ihr werdet Zugriff, der länger... ...der Waffenwege hat... ...von Urfeils Sturm... ...und Anmut der Elben... ...ähm... ...ähm... ...hä? Unbekannt? da steht gar nichts drin naja ja komm ich habe das da jetzt einfach mal drauf und da ist es drauf und wir gehen mal weiter ich habe jetzt spinnen getötet und einfach mal so okay ich habe jetzt okay ich weiß nicht wie ich jetzt hier diese spinnen getötet haben soll aber ich habe es getan was ist das hier ich kann erneut gesundheit erneuern mit irgendwas neuem erdenbrot kartoffelartige wurzeln naja sieht mir ja aus wie eine rübe verbesserung hier bei den bei denen hier ja ich könnte aber ich will jetzt nicht ich möchte mir unbedingt das hier freischalten oder mal schauen ich gehe jetzt erstmal weiter herausforderung wenn ich mir das also betrachte habe ich da wohl schon die sammeln objekte das einzige was noch übrig ist ist der kiste voll verrotteter fische ähm identifizieren ich schmutz ja komm markieren wir den mal